Ich habe da noch eine Frage bezüglich wahrhaft selbstloser Absicht. Und im Grunde glaube ich, dass es nicht möglich ist, selbstlos zu sein, weil wir alle miteinander verbunden sind. Was immer ich also will, will ich sozusagen für uns alle. Das ist vielleicht ein bisschen zu philosophisch, aber wenn ich versuche, selbstlos zu sein, könnte das immer zu irgendeinem Vorteil für mich selber führen. Richtig, Sie definieren Selbstlosigkeit intellektuell. Das ist also eine intellektuelle Selbstlosigkeit. Wir definieren in unserem Intellekt, dass Selbstlosigkeit bedeutet, dass etwas nicht für uns ist. Wir tun es nicht für uns. Nun, nur weil man etwas nicht für sich selbst tut, heißt das nicht, dass es einem nicht unbedingt hilft. Die Dinge, die Sie für andere Menschen tun, können auch Ihnen selbst helfen. Selbstlosigkeit bedeutet also nicht, dass Sie keinen Nutzen davon haben. Denn wie Sie schon sagten, sind wir alle Teil der gleichen Sache, desselben großen Ganzen. Wenn das Ganze besser wird, dann habe ich auch etwas davon. Und wenn ich dazu beitrage, dass es besser wird, dann bekomme ich natürlich auch einen Teil des Nutzens. Aber das ist nicht wirklich das, was selbstlos zu sein bedeutet. Bei Selbstlosigkeit geht es um die Frage, was ist Ihre Motivation dahinter? Welche Absicht verfolgen Sie damit? Ist Ihre Absicht, weil ich das will, weil ich das brauche und das wird gut für mich sein? Oder ist Ihre Absicht, weil ich denke, dass es das Richtige ist? Es geht nicht um Sie oder nicht um Sie. Es geht nur um die Frage, ist es richtig, das zu tun? Und ist es für andere hilfreich? Wird es im Allgemeinen die Entropie des Systems senken oder erhöhen? Nicht nur für mich oder nicht nur für andere Menschen, sondern für die Entropie des gesamten Systems. Und wenn Ihre Absicht ist, dass Sie es tun, weil... Nicht aus dem Intellekt heraus, weil ich denke, ich sollte es tun, sondern Sie es tun, weil es sich als das Richtige anfühlt. Und wenn Sie ein Mensch sind, der bereits einen gewissen Wachstumsprozess hinter sich hat, dann besteht das Richtige zu tun darin, liebevoll und fürsorglich zu sein. Und wenn Sie ein Mensch mit hoher Entropie sind, dann ist es das Richtige, diese Person zu schlagen, ihr die Brieftasche abzunehmen und wegzulaufen. Sehen Sie, einfach Ihre Sachen zu nehmen, das wäre das Richtige, weil Sie eine Person von geringer Bewusstseinsqualität sind. Also sagen Sie sich, nun, ich bin eine Person mit niedriger Bewusstseinsqualität. Ich bin hier draußen ganz allein, genau wie diese eine andere Person. Ich könnte hier eins über den Schädel ziehen und Ihre Handtasche schnappen und weglaufen und etwas Geld machen. Und das würde wie das Richtige erscheinen. Nun, in einem größeren Gesamtbild betrachtet, ist es das Falsche. Sie erhöhen die Entropie, wenn Sie solche Dinge tun. Sie bauen nichts auf. Sie gestalten und verbessern die Dinge nicht. Sie zerstören sie und erzeugen mehr Angst. Und sie sind Teil des Problems. Man muss also über die Auswirkungen dessen, was man tut, nachdenken. Über die Auswirkungen, die man auf andere Menschen hat. Es geht nicht nur um einen selbst. Wenn Sie also mit anderen Menschen interagieren, müssen Sie sich fragen, wie sich diese Interaktion auf Sie auswirken wird. Und vielleicht entscheiden Sie, dass es sich negativ auf Sie auswirken könnte, wenn Sie Ihnen die Wahrheit sagen, weil Sie nicht in der Lage sind, die Wahrheit zu verarbeiten, ohne ein Trauma zu erzeugen oder Ihr Leben zu verschlimmern, oder dass Sie sich noch weiter in Ihre Glaubenssätze zurückziehen, richtig? In diesem Fall sagen Sie es Ihnen nicht, weil Sie nicht meinen, dass es hilfreich wäre. Wenn Sie denken, dass die Dinge für andere hilfreich wären, dann tun Sie sie einfach, denn dann scheint das eine gute Sache zu sein, weil Sie ein netter Kerl sind. Und wenn sich herausstellt, dass es gar nicht so hilfreich ist, Sie dachten, es wäre hilfreich, aber stellt sich heraus, dass es Ihnen irgendwie schadet, nun, dann ziehen Sie eine Lehre daraus und sagen, nun, beim nächsten Mal muss ich vorsichtiger sein. Ich muss dieses Problem auf einer tieferen Ebene verstehen, denn ich habe nur oberflächlich gedacht, dass es gut sein würde. Aber das war es nicht. Jetzt haben Sie also etwas gelernt. Der Punkt ist also, seien Sie einfach authentisch, tun Sie es. Aber ja, Sie sind immer noch im Besitz eines Gehirns, Sie müssen immer noch die Ergebnisse dessen sehen, was Sie tun. Hat das dieser Person wirklich geholfen oder nicht? Sehen Sie, das ist der Punkt. Und wenn es ihr nicht wirklich hilft, warum wollen Sie es dann tun? Nun, dann tun Sie es nicht. Sie ändern sich also. Sie wachsen daran, basierend auf Ihrer Beurteilung des Feedbacks, dass Sie von dem, was Sie tun, erhalten. Es kommt nicht so sehr darauf an, was Sie tun, sondern es geht um die Absicht. Denn selbst wenn Sie beabsichtigen zu helfen und es nicht tun, sondern die Situation verschlimmern, bedeutet das, dass Sie aus diesem Fehler lernen. Das ist etwas Positives für Sie. Sie haben etwas gelernt. Auch die anderen haben die Gelegenheit zu lernen. Jemand ist einfach in deren Spiel hineingesprungen und hat alles durcheinander gebracht. Und nun müssen diejenigen in der Lage sein, zu sagen, nun, sowas passiert manchmal, und danach weiterzumachen. Wissen Sie, die Lektionen gehen reihum und jeder hat die Möglichkeit, daraus zu lernen. Es ist also nicht wichtig, dass man nie einen Fehler macht und dass der Intellekt schon im Voraus genau weiß, was das Richtige zu tun ist. Sehen Sie, das ist nicht wichtig. Tun Sie es einfach. Seien Sie sich des Feedbacks bewusst. Wie läuft es? Und wenn es eine gute Sache ist, dann wollen Sie vielleicht mehr davon tun. Wenn es sich als nicht so gut herausstellt, dann vielleicht nicht. Wenn es sich als irgendwo in der Mitte herausstellt, dann lassen Sie es einfach in der Mitte sein. Leben Sie mit der Ungewissheit. Seien Sie authentisch. Sie haben diese Vorstellung, eigennützig zu sein, auf die Frage hin erweitert, ob es einem selbst letztendlich helfen könnte. Nun, das ist nicht wirklich das, was damit gemeint ist. Eigennützig zu sein bedeutet, dass Sie es mit der Absicht tun, weil es gut für Sie selbst sein wird. Ich erzähle Ihnen etwas, weil ich möchte, dass Sie etwas tun. Ich möchte, dass Sie sich nach rechts bewegen. Also erzähle ich Ihnen das, um Sie zu manipulieren, damit ich das bekomme, was ich will. Das ist eigennützig. Aber in diesem Fall werde ich etwas Nettes für Sie tun. Und das hilft Ihnen tatsächlich so sehr, dass Sie sich umdrehen und auch etwas Nettes für mich tun. Nun, das ist einfach gut. Akzeptieren Sie das. Das ist gut. So ist das mit positiven Dingen. Juhu. Teamwork. Wissen Sie? So funktioniert das. Es ist nicht so, dass das wirklich eigennützig war, weil ich ja einen Vorteil daraus gezogen habe. Es dreht sich alles um Ihre Absicht. Nicht wirklich um das, was passiert. Es geht nicht darum, was getan wird. Es geht darum, woher Ihre Absicht kommt. Ich danke Ihnen sehr, Tom. Ich glaube, ich habe jetzt eine Bestätigung für mein Verständnis. Denn intellektuell betrachtet hätte Selbstlosigkeit im Grunde einen Nutzen auf der zweiten Ebene des Geschehens. Es ist kein direkter Effekt, aber auf einer zweiten Ebene, richtig? Richtig, und das ist gut. Wissen Sie, je mehr Gutes Sie in der Welt tun, desto mehr Gutes werden andere Menschen tun. Und das ist gut. Und je besser die Welt wird, desto besser wird jeder, der in ihr lebt. Das ist etwas Gutes, nichts Schlechtes.